Wir befinden uns hier bei DJ Gear. Wir sind auf alles spezialisiert, was DJs benötigen und wir wachsen stetig, genauso wie der Markt. Wir sind hier bei Huvonars, Licht, Ton, Video. Wir sind Anbieter von technischem Material für geschäftliche und öffentliche Veranstaltungen. Viele Leute arbeiten bis zum Feierabend. Wir arbeiten bis alles fertig ist. Das umschreibt die Dynamik unserer Branche meiner Meinung nach ganz gut. Zu Anfang, als wir noch kleiner waren, haben wir alles mit dem Gmail-Kalender verwaltet. Ab einem bestimmten Punkt kamen wir damit einfach nicht mehr hinterher. Wir arbeiten mit so großen Mengen, dass ein wirklich gutes Softwarepaket nötig ist, um das komplette Vermietbusiness zu bewältigen. Wir hatten vor Rentman noch eine andere Software, die war aber einfach nicht mehr zeitgemäß. Rentman aber ist modern, logisch und funktioniert sehr einfach. Mit Rentman plant man Menschen und Fahrzeuge in einem Projekt, sodass letztendlich alles in einem Projekt ineinander greift. Dann hat man sein Projekt komplett mit Materialien und Resources, also Transportmittel und Menschen. In Rentman kann alles ziemlich einfach zusammengebracht werden. Im Personalplaner bekommt man zum Beispiel eine Übersicht über die Planung des Personals und der Fahrzeuge, sodass man als Personaldisponent direkt sieht, ob alle Zeiten stimmen, ob die Leute zwischendurch genug Ruhepause haben und auch immer weiß, wer sich wo aufhält. Ich musste früher immer bei einem bestimmten Computer sein, an dem ich arbeiten konnte. Jetzt bin ich bei Festivals und kann auch von da aus arbeiten. Ich kann dort Angebote erstellen, ich kann Rechnungen erstellen, ich kann einfach alles, auch von unterwegs. Wenn ich einen Anruf bekomme, während ich gerade nicht im Büro bin, kann ich auf meinem Handy oder Laptop sofort sehen, ob ein Item verfügbar ist oder nicht. Andere Leute, die vor Ort sind, Projektmanager, die können mit Rentman Einsicht in das aktuelle Vermietmanagement bekommen. Sie sehen direkt die für ihre Projekte relevanten Informationen, aber eventuell auch für andere Projekte. Wenn wir mit unseren Materialien ins Minus geraten, dann erscheint auf der Zeitleiste ein roter Balken, so dass wir wissen, dass wir Material zumieten müssen. Ich kann dann eingeben, wo das Material herkommt, was es kostet und wie lange ich es zur Verfügung habe. So kann ich mir einfach eine Übersicht über alles verschaffen. Einfach super. Das Scannen mit Rentman, das funktioniert einfach einwandfrei. Wir haben sehr viele gleiche Items, also gleiche CD-Player in großen Anzahlen und mit Rentman wissen wir immer genau, welcher Player zu welchem Auftrag muss. Und weil wir auch von unterwegs immer mehr mit der App arbeiten, wissen wir immer, ob alle Materialien da sind, wo sie sein sollen oder ob man ein Gerät noch suchen muss. Das weiß man dann auch sofort und nicht erst am Montag oder Dienstag, wenn die Kisten aus dem Wagen kommen. Du weißt mit Rentman einfach schneller, was los ist. Zusätzlich ist es natürlich bei Rentman einfach super, dass man so flexibel ist. Man hat keine hohen Startkosten und kann seine Lizenz nach Bedarf verändern. Bei anderer Software hat man als mittelgroßes Unternehmen schnell zehntausende Euro Startinvestitionen und bei Rentman hat man nur die monatlichen Lizenzkosten. Das Einfache von Rentman ist, dass eigentlich alles in einem Bildschirm zu sehen ist. Von Materialien über Personal und Fahrzeuge bis hin zum Lager und letztendlich den Rechnungen kann man alles schnell und zentral einsehen. Ja, ich finde Rentman funktioniert mehr als perfekt.